Und was willst du mal werden, wenn du groß bist? Zugführer. Früher habe ich dreiviert eine Menge und jetzt habe ich auf einmal die Züge so cool gefunden. Berufswohnschlugführer bei der Lokalbahn, das ist ganz wichtig. Das äußert sich, dass wir wirklich jeden Tag beim Zug drüben stehen und Zug schauen und Zug fahren vor allem und erkennt alle Züge und alles drum und dran. Und weil ich so öfters fahren sitzen dürfen habe und einmal habe ich bei einem Zaffner sitzen dürfen. Gut, die brauchen wir, dass wir auf uns Aufmerksam machen, dass uns niemand Zug weiter zurückkommt. Musik 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 Musik